Hallo Leute, willkommen zurück zum 3 ACP mit Sarcens Abospecial. Das heißt, viel Spaß, mal eine P auf eine P raufgeschoben. Wünsche ich nun viel Spaß. Ich habe es gesagt, noch nie. Ja, also... So, ich werde gerade das die größte Verspende auf der P.E. Könnt ihr aber dies nicht finden. Mario Grenze. Mario Grenze. So, wie geht es heute weiter? Mario, scheiße. Stimmt. Damit wieder am Tag träumen. Jetzt wird den Stockwerk ran am besten. Ich nehme immer Mario. Ich wäre gar nicht so gut die Idee. Und damit machen wir das viel Zeit dafür. So, bauen. Gehen wir mal... Muss ich bloß wieder Schwarz reichen können. Oh, ja. Alles schön weggeräumt. Geil. Mal sehen, wie viele die Storfsäure sind. Jetzt will ich den Nachbarn auf den Sack gehen. Diesmal habe ich ja eine Storfsäure mit zwei. Aber es wird schon eine Storfsäure mit zwei. Das ist ja nicht versprochen. Aber wir gehen hier rein. Mario, bitteschön. Das ist ja ein bisschen leiser. Bitteschön. Bitteschön. So, wie es so aussieht. Das ist ja ein bisschen das im Wagen. Aber wer hat mich jetzt abgeliert hat. Ist ja Gott sei Dank am Tag. Oh, ja. Wie ihr sagt, ich bin da kein guter Rechenbauer. Ja. Und, schau. Warum bin ich wirklich miserabel? Dann habe ich schöne Sachen in den Fensterchen stehen. Dann habe ich auch schon wieder an einem Verkaufszenter sein. Oho. 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 Wie lustig, Alter. Ja. Und dann habe ich noch einen Speicherform. Oho. Oho. Ach, hier fährt jedenfalls. Oho. 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 Ja, der Kuiper begeistert uns immer noch. Das ist nein, weil es nicht so arm ist. Ich sagte, das Player dauert nicht eine Weile. Ja, fast drei Stunden bei Gesichtern. Wir können ja keine was. Wir sollten jetzt Player an, ohne das zu erstellen. Aber ich habe ja gesagt, was ich verspreche nicht. Ich scheiße, dass die Abelsfläche manchmal so lange brauchen. Das sind ja auch nicht. Ja. Es kann bestimmt erst gegen Abend hochgeladen, aber ich versuch's. Ich hoffe, dass das für die meisten so schnell vom Laden vorbeidach wird's auf alle Fälle. Mario, Penner, auf alle Niederlage, ey. Das will ich aber. Also wenn man sich aber auch nicht die Hand ins Feuer legen. Ja. Willst du nicht durchgehen? Oder ihr selber einrichten? Nein. Ich hoffe, dass es 26 Euro ist. Ja. 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 Ich bin auch immer noch im Bild mit der Seite. Ja. Ja, ich bin auch immer noch im Bild. Ja. 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 aber ich bedanke mich einfach und hier ist das würde ich auch gerne zu herzunehmen deshalb mache ich auch die Mute Spezials, war jetzt nicht so atemberaubt kann man sich noch ein bisschen anstauen und dann geht es jetzt weiter hat sich auch schön mit Youtube anerkündigt das ist auf meinem Kanal jetzt gehen wir in eine Monsterfalle rein dann sehen wir, was er davon hält die Rego, die Fassort haben wir hingewacht noch was anderes rein da ist der Staubsauger da ist Mrs. Staubsauger so, ich habe Schuhbum bei Ort ich habe noch so viele Ideen für Abo-Spiegel also ich bin nicht auf dem Weg ja, sehr schlau keine Sorgen machen weil ich gar nicht schlau sein hier habe ich das ja alles selbst gemacht auf dem Weg ist sowieso das wäre so, als würde ich ja auch nicht durchgehen als Wahnsinn wäre ich das ja in den Abo-Korn hier mache ich die Arbeit dafür das sind meine Spezials also springen da rum und spielen unsere Abo-Musik also nennt ein Spezial die Scheiß ist aber die Scheiß ist aber, dass man da so lang wacken ist ja, ich bin sorry also, ich habe das ja wartet, dass ich seit sich hoffentlich jetzt die Abonnenten sich noch anders entschieden haben aber wie blöd ist denn da Mario, ey ich habe immer nie Bananen ich habe immer nie Bananen das ist der Gelder noch das Kunde gehe ich wirklich erst an und da braucht ihr euch kein Geld und wenn ich in der Scheiß will das werde ich alles anbieten Moment, ich werde da gleich beheben ich bin einfach nicht natürlich, dass ich gerne Abos weil ich weiß, dass die Ecke ich bin glücklich, mein Abo ist auch die Abos sicher aber ich kann eben die Abonnenten werden du könnt ihr mich bis dahin und das ist mir bereit ja, ich würde das jetzt so weiter klar also, ich abonniere und verschenke mit YouTube und Abonnenten ein Abo von mir also, wieso war ich denn da ein wenn die Jungen gestreht, Abos die Böse sind wenn die die ganze Celebe tatschen oder wenn die noch ein Abo runnen gehen auf eure Musik kriegen wenn das jetzt wieder gut ist dann kann ich die von tauschen dann sollen sie aber nicht persönlich sagen ich bin sie, wenn ich sehe ja, wir umtauschen gut jetzt kommen wir jetzt hier auch los nicht einmal das Obergeschoss bauen und das nicht beim Glauben nicht anderes im Angebot so, da sind Abos rotzten Pils jetzt haben wir ein Problem das ist hier alles platt kommt er nicht weg, Alter das heißt, wir müssen erst mal ach, wer schon wieder machen muss dann fangen wir unten nochmal das ist ein Schuhgumba-Kabern naja, aber untergehen und ja, ich hatte es direkt nicht ich weiß das ist wäre, das ist zwar das ist ein Schuhgumba-Kabern das ist zwei, aber ich habe noch einmal jetzt haben wir gleich mal den ersten Kabern Ich kenne 4 von 8. Ich bin verpflichtet sowas zu machen. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht alle abonniere. Ich bin verpflichtet sowas zu machen. Ich habe gesagt, dass ich nicht alle abonniere. Ich denke einfach an die meinen Abonnenten, die mich mehr abonnieren. Das ist wahrscheinlich das einzige Spiel, wo man wie Vistart bekommt, wenn man verwendet. Ich habe mir ein Abo geschenkt. 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 Ich möchte einfach Getübern helfen, wie der große Bump hat sich ermeldet. Ich möchte einfach Getübern helfen. Ach du Scheißbomber, das ist so toll. Abos. 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 Ich mag den nicht schlafen. Irgendwie will ich Leute nicht schlafen. Egal, dass man immer nicht die nicht schlafen. Aber wenn es mal ernsthaft wird, dann wird man einfach mal gedacht, dass ich das abo jetzt mal baum. Wenn irgendwelche Typen noch mehr ausmachen, weil ich faste Pornos dann... Ich schlafe und ich kann nicht überhaupt nicht sagen. Aber guckst du an den Pornos. Jetzt sind wir runter, das ist der einzige Stück rund. Kann der leider auch nicht alles ab. Aber wie gesagt, Gibt es hier drei Sechste, zwei Vierte, zwei Zweite, unter dem ich jeden, der wirklich ein Abo braucht. Kein weiteres Power. Warum auch immer. Wenn ihr fragt, warum ich seine Videos nicht gucke, dann... Da ist man so aus Humanität, dann hätte ich mir das mal gesehen. Ja. Dann hätte ich wenigstens ein Like da gelassen. Das reicht. Dann kann man ja auch so machen. Ton, 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 Ton. Aber wie gesagt, ich mache es hier. Nein, 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 nein. Er kann nicht singen, weil ich einfach so bekloppt bin. Perfekt. Bei Güterei. Ich muss mir jetzt sehr vorsichtig sein. Man kann ja nicht alles mögen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich spiele wie ich will. Nein, 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 nein. Ich würde das machen. Das ist ne W.S. Da man... Du hast ja schon vielض oder... Das man mit Abos auch Stürmaffe... Das man auch mit Abos... essaftel-Überaffe, genau. Nein, man kann es nicht alles gut nutzen. Und die Leute zu bereichern. Ich bin nicht mal so der One Why Profi aber... Dann zeige ich mir mal die Saarge, da gehe ich jetzt mal so hinaus, das war jetzt ein bisschen gerade ausbilden. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt mal darüber, bis die Säge da weg ist. Wollen wir jetzt mal gemeinsam mit der gleiche Sprache, wie du gesagt hast, mein Haus war größer. Ich kann wieder hoch, hier sieht man ja auch an. Schießen, bin ich echt. Ja, da ist keine riesige Villa, warum? Ja, bin ich gerade der nächste. Aber immerhin sind wir still, süße Menschen. Manche, wo sie sehen, wie zum Beispiel Gronkh, der ist ja, da gehst du schon da manchmal mal nach Deutschland. Jetzt habe ich mal einen großen Meister, da jemanden mit Horten, aber ein Verhintes, das ist doch nicht mein Selbstverständnis. Das ist doch schade, dass es keiner selbstverständlich ist. Mit Mario gerade zum Ausrutschen bringen, aber ich so habe, dass es nicht mehr ist, da geht es nicht mehr. Auch noch wahrscheinlich nicht mehr, da geht es nicht mehr, da geht es nicht mehr, da geht es nicht mehr. Mä, 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 Mä wir haben jetzt immer seine Enemies hier ist Lightcore wollen wir die mal alles abschießen Augenblick Schuss, Schuss, Schuss mal sehen was es jetzt für eine Platzierung gibt 2.7.3.4 1.3.1.2.1 es gibt mal 7 Tetzlar es ist erstmal sehr sehr wichtig ich brauch nicht mehr eine Cobblestone Mario weiß wer jetzt muss ich wirklich automatische Cobblestone abbauen das ist die Karriere komm mal hin zu bleiben ja, 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 ja es ist gut, du Arschaffee du holst Arschaffee du holst Arschaffee ja, ja es geht wieder Arschaffee bist du für ihn das ist denn das ist deine eigene Waffe also warum wir mal wie groß der Ton ist an warum fährst du immer Rindung der da Alter schaff ich ist da so Bananengel hat er nicht selber eine Banane inzwischen sein Bein ich guck mal schon wir sind von draußen dann wischen ich auf der Vergleiche okay so ist das wir haben es geschafft das habe ich immer nachgemacht das habe ich immer nachgemacht ich guck siehst du jetzt sehen ob die nicht so lange dauern so lass mich unterraschen ja, ja, okay wir sind alles klar gehen wir mal durch Naja hoffen was hoffen was Ach wir haben immer noch so viel Zeit! Ist ja krass, ey! Können wir den mal ne runterfahren? Wer ist euch hier hinten? Der hat nun sie mal dafür verbraucht. Das gibt es schon noch ein Ausdruck. Das gefällt mir. Den Seelmanns mal eben tut, gestattet. Wollen wir ne Leiter, Moment mal. Stimmt, die Hackfressen kann man ja gar nicht killen. Es gibt ne Acht! Aber vier vierte Plätze! Boah! Nashi liegt ganz zurück, der Staubsauger will nicht killen. Nashi hat nur Nullpunkte. Wenn man nicht einmal Profite macht. Dann kosten aber mehr Sticks als ähm, als damals Trainer. Mehr Schulspruchte! Ist ne bloß so ne Möge. Vielleicht den nächsten Kapp eingeschlagen. Aber wieder 50, dass man da mit dem Zeitung vor tut. Okay. Wir gucken durch die Cobblestone. So wird's dauernd ange... Ach! Wollen wir mal in Schuh rum? Ja! Ich geh noch mal hin! Nein! Dämliches Wartenpreis, du machst alles falsch! Nur Scheiße drin, ey! Warten war erst mal ganz bequem. So! 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 Wau! Das ist ein schön! So! So! Und dann ist es irgendwie hier with mir verkrustet. Perfekt! Perfekt! Mach den Hack fissen, ey! O Aber, ja! Und dann muss ich zurück müsste d quarters Whose t sure ein'n Kurzen Kerat! Willkommen zurück! Die letzten... ...Zeitvertretung, immer 12 sind 31, ...die letzten 20, die wir nun... Jetzt ist die Zeit isoliert. Das ist wieder unser Experten Vario. Ich muss erst mal wieder nachdenken, wenn wir noch ein Speicher vom Laden... Ach so, wie immer... ...dass ich da richtig die... ...Kobbester und Fachwerke... ...und das kommt im Mittleren... ...weil in den Verbrechen... Er hat mich am Anfang begrüßt... Zuerst mach ich gleich meinen Cut... ...weil es andere machen auch was aus ihrem Kanal... So, jetzt haben wir 20 Minuten... ...ok... ...zweiten Abschnitt... ...zweiten LP... ...was dann irgendwie die Zeit umkriegen... ...die Leute... ...die hieß ja nicht, ob die... ...26 Abos eingegeben sind... ...dinkst es... ...aber kann ich jetzt leider nicht... ...würste ich aber... ...würste ich aber... ...würste ich jetzt... ...würste ich jetzt machen... ...Hartfresser... ...würste ich... ...würste ich... ...würste ich... ...auf! ...würste ich mich... ...würste ich mich... ...würste ich mich... ...haha... ...gir echt die Mütz... ...sie 7... ...kleiner Felix... ...kleiner Move... ...euch so viel spielen... ...ware doch nicht schlecht... Ich mach dann noch ein bisschen Zeitfahren mit rein, jetzt kommen die Anzeige raus und Hilfe, dass der in der Mitte kommt, wie gesagt, die Schulgümbachler und die alles Menschen, die das machen. Ich spiele 9 Minuten das und 9 Minuten das andere, genau. Ja, soll man sich ja, soll man mit den Abos noch was anfangen, dass man da nicht nur Sonne zählt. Ich spiele schon eine Scheiße. Dann würde man nachher eine andere Welt spielen, genau. Dann würde ich dir noch anderes jetzt. Ich hab noch was anordnen lassen, das zeig ich dir. Noch ein paar Minuten. Achme Wadi, Achme Wadi, Achme Wadi. Verspreche, Abos, jetzt den Eilbärmai Biba, unter anderem Schlafen ist gesund, schlafen muss sich nicht. Es wird zu spät, dann muss ich das auf'm anderen Tag verabreden, komme mir den Tag verschieben. Halleluja! Das ist ein Hörgesicht, obwohl ich ihn bei einer Schöne gefahren bin. Ich muss dann fast immer wieder elf gehen und versuche das immer wieder nachlesen. Das ist ja Wahnsinn. Mensch, ich sieh und steh mich tot, ey. So ist das. Dann kann man leider keine Schlafen. Ich hoffe, dass die Sterne wieder aufrechnen. Und jetzt kriegst du eine Taubung gratis. Und ich glaube, Bananen. Schau mal. Ja, wohl der größte Witz. Wo wir lachen tun. Das geht so, ja. Der Luigi hat gewonnen. Ja, hat dich ein Blutwünsch. Was sagt in die Uhr? Gerade mal vier Minuten. Also, du lässt mich die Zeit echt ein bisschen im Stich. So, ja, ist ein Dachkorn. Wie kann ich sein, so, ey. Vorsichtig. Warte mal. Wäre auch so. Die Dinger kann man eindeutig nicht hochnehmen. Aber, ja. Guck mal, ich muss die Zeit ja auch. Lachen wir mal alle. Ja, ich will da nicht verstehen und sagen. Ich nehm doch mal ne andere. Das ist wohl, dass wir schon mal alles haben. Was passiert immer hier? Ja, das alles bereichert. Das wäre auch keine Lösung. Das ist wohl, dass sie wenigstens ein paar Spacken auf einen Ballons haben. Das bereichert jetzt dieses Abschnitt immer. Mal direkt mit der Scheiße anfangen. Aber da hab ich leider keine... Wirklich? Ich muss ja jetzt mal ein bisschen Zeit investieren. So ist das. Wenn ich die Hörer sind, dann... ... und sie jetzt in. Ja, ja, okay. Dann drückt er aber jetzt einfach die Roboter. Der Roboter ist super drin. Das war ja. Ich kann jetzt Besuch echt... Ich muss ja wirklich mit meinen Ecken bin ich her. So ist das ganz schlecht. Jetzt noch mal ne Gratisblume. Weißt du, warte. Nimm ich jetzt einfach irgendein Spinner und fahr mit ihnen rum. Das ist nicht erst mal das Ernst, dass so ein Gummi jetzt springt. Dann kill ich mein Pietsch. Ich fahr jetzt wie so ein Besenker, ey. Problem ist, dann wird er dann noch eine Edge. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Finden Sie Prinzessidiotisch? Jetzt ist der Gang frei. Ja. Ja. Das hab ich alles bewusst gemacht. Ja. Diesmal hab ich ja vorgesorgt. Spiele umstellen. Ich dachte, dass das Vorsorgen sich auf sich lohnt. Oh, ja. Ja. Hey, komm durch. Hey. Ja, da gibts nur ein paar scheiß Ups. Ja, da gibts nur ein paar scheiß Ups. Sprünze, ey. Ja. Fatschenrotze, ey. Mein Völgegeiz, ey. Wo das nicht ein Aufhilfeweich ist. Ja. Das ist ein hässlich, ey. So, dann müssen wir erst mal... ...den Gang frei. Mit ihr letztes Deck. Den Klauen lassen, ey. Das ist der Klauen. Du bist scheiße. Bestink. Bestink's. Bestink's. Oder nächster Klassen-Klauen. Ich hoffe, dass das Dario auch reichen tut. Komm mal vor den Fälschenskimmer bei, ey. Ja, das muss ich auch. Aber warum ist das Dario-Skimmer frei? Rüber. Rüber. Versteht ihr nicht? Nee. Ich verstehe. Hey, du Klugschweiß. Lass mich nicht gucken, weil ich so deemlich bin. Ja, da. Reinlegen oder was? Gucken jetzt so gar nicht wie eine Stärke. Weil mir in der Augen... Klasse, was machen sich ganz ehrlich los? Dig mal, wieder nicht schlenken denn gerade. Das ist so viel Hühner. So, dann hier mal her so. Weiß, so Absaar. Hey, die beschwert sich. Dann beschwert sich mal nicht so viel. Hier. Das ist langweilig. Das können wir doch nach. Das sehe ich. Lach mich aus. Den Buch. Da meine ich, wenn mich der Brüssel kackt jetzt an. Leute, guck mal, die drei Schwarz gehen nicht aus. Meine schönen Bomben. Scheiße. Na, ich bock zu, ich fühlste Witz. Was mein Aege war, den ich jetzt hier nicht verkauft habe. So, weil ich habe fast 300. Ah, da ist er auch selbst. Ich habe geahntet. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Alle müssen sterben. Und dann reich im Loch was der Dogen aus. Dann wieder Peetschwein. Oh, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich weiß, das war eigentlich so, was man zu dem nicht erinnert hat. Boah, das ist ein Schreckiges Loch. Ach, ich weiß, er hat mich da so viel. Kappen. Aber ich bin durch, oder? Oh, ich hab's nicht mehr verbläht, das kann ich nicht mehr durch. Ich empfiehlt dich, ich darf alles. Ich kann ja nicht mehr. Schießt mich nach oben weg. Ich stelle mich erst mal wieder nach oben. Ich weiß nicht, wie ich mich zu heil geht. Einfach nur lustig. Ja, ich muss immer noch Sandstein nach oben, stimmt ja. Die lachen in den Stufen. Das ist doch geil. Das ist doch geil. So, jetzt kommt er hier oben. Du musst ihn nicht beschweren, Alter. Du bist ja nicht beschweren, Alter. Guck mal, Alter. Ich treffe nach dieser Runde. Ich bin nicht mehr so eine besondere Runde. Schießt? Rausgekickt. Rausgekickt. Wir müssen doch mal nach oben aus der Runde. Ihr wisst schon warum. Weil ich muss ja nicht über... Mach mal abtretet. Er gugelt sich mit einem gnadenloser Bastard. Nein, du hessierst. Ich werde vergessen, Jungs. Ich bin nur so ein Alzheimer-Korps-Kopf. Was sagt die Uhr? Kann man doch so schön machen? Wie so ein weißes Kranker. Lauf, Oma, Lauf. Oma, Oma, mach hin. Lauf, Oma, Lauf. Oma, 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 mach hin. Komm schon. Die Zeit läuft, kommt schon. Die Zeit hält nicht lange an. Wir sind nur bei Jobbing, Alter. Nicht wenn ihr hier mit Alzheimer-Kräften zu tun haben. Schöne. Schöne. Die Nächsten bitte. Die Nächsten bitte. Jetzt fahren wir mal hier oben. Die Nächsten bitte. Dann willst du mir jetzt in den Ofen wieder abgeschalten. Bitte noch bloß lachen. Ich mach doch nichts falsch. Jetzt wird der Sorte. Jetzt wird der Sorte. Dann hätte der Himmel Steine gepackt. Das ist mal der einzige Vergleich. Das ist nie so gesagt. Das alte Scheiße ist noch weg. Aber ob der Boss geht, ist ein anderer Frage. Lachen wir mal. Nicht mit dem Scheiße habe ich jetzt in den Rottgeleicht. Gut. Dann lachen wir diesmal aber nicht. Ich würde dir eigentlich noch was Besonderes zeigen. Ich kann mir das System das heute mal leider nicht sagen. Ich bin an Stage. Gut. Sonst noch was. Hier muss ich die Rammel geben. Ich bin bloß mit dem Stern rum. Alles klar. Ich sollte noch Augen rein. Jetzt ist hier ein Zimmerfestlegung. Jetzt ist hier ein Zimmerfestlegung. Ich brauche mich einfach aber okay. So sei das ungefähr aussehen. Und dann gibt mir besondere Zeigen. Aber ihr wisst ja. Wir sind jetzt extrem. Entschuldigung. Hier ist mal der Scheiße wie das hier. Ja. Haben wir mal wieder in den Stage. Aber man fühlt sich jetzt erst recht Scheiße. Wie dieses Kackdinge. Find ich doch schon mal ganz in Ordnung. Das wollte ich gerne zeigen. Das ist die Bambuelsweg hier. Oder die Bumba-Panzerwelle. Hier kommt nichts. Auch mal nachher. Sondern hier rein. Was auch immer. Was auch Äppie tut der Dank. Vielleicht habe ich Product ergöffnet geg Julian. Ja ah. Das hat nicht grad nett von mir. Wie herum. Wir hamam schließe wir arriba. Als deglisitzerwelle. Ja wieder UNLOG um valoresch. Genius. Allehe. Und wir stehen da ohne Rum und warten. Bis das jetzt ab wieder untergeht. Dann sehen wirwrm vielleicht Glatz jetzt. Was Für einen einemos�남aster auf der generation. Es solltetweiß wirklich unseren Sinna kamion. Das kann ich jetzt mal sagen. elkaarœmm ok Fragezeh corner vorwälzhafte Generation ja, das war jetzt wirklich Fündergarten hier das muss ich jetzt mal sagen jesus scheiß immer kerken fragezeichen von so ner scheiß seiche redet hier ja, den Weg kann man auch schaden wenn man hier schnell ist gut und nicht runterfällt also heute Sterne und kann sich über Sterne nicht beschweren, dass wir die Kinder sind schau dir nicht so schwer sein aber die alten Spiele sind ja leider nicht das erste die erste, die verästig wieder scheiße hier kommt aber, ok ok, jetzt noch für den Arsch ja, da fühlst du es, beschwerst du dich da muss man einfach mal so noch los und die Rette ist um den Reinfall 2 der war schon nix böses das was er nicht noch sagt was er nicht noch sagt was er macht lustig das wurde auch geoutet Eisenspitz-Fack nicht früher die 3er grünste du aber die erscheinen irgendwie sich über diese Hühnerscheiße kommt er manchmal ja ziemlich bestattet wir haben wieso nicht ich bin zu einem Film nicht wusste der Schwierigkeitswand da ja nebenbei mit abgerutzten FMS ich weiß nicht da ist ja selbst da ist ja selbst jeder Unterricht kommt er besser als in der Ungekehrten Frage jetzt ist ja wie gesagt ein Rechengeriefel das ist auch nie werden und das auch nie werden kann und auch nie werden das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja aber da würde ich mir da würde ich mir lieber irgendeinen Vortrag anhören über irgendetwas als so eine Horrordinger da zu sehen ey jetzt gehen wir nicht auf den Sack ey so wie du sie mit so ihr so zerregt da stört den Kiel schießt nachher und eigentlich stimmt das ist doch jemand ja eigentlich ist schon mehr mehr macht man hier dem ist mir egal o Enderman weißt man einer ist schon doch mal der ist mir egal o Enderman der ist klar man tut mir schreien so schöne schreien in der 2 da sehen die Runde eine 3 wird woher ach doch mal du Hackbombe ey wien ist alles wien ist hier will ich jetzt irgendwie jetzt gehts mal los hier das ist ja mein Lieblings Herausforderung. Immer tausende von den Panzern schießen, die dann hier ein bisschen leer machen. Das ist mal wieder für eine Fotze, das Alter. Wovon schreit mich, weil ich da mit zwei Scheisse gemacht habe, aber was ist. Leck damit. Den nehme ich mal mit hier. Gut. Einmal linkswurz. Und den kann man immer noch wieder gut laufen. Noch mal einmal. Das ist entwertet. Als nächstes Abstieg muss ich, dass man die Schaufel wiederstellt. Dann schwingen wir mal drauf los. Falls wir eben hier rumhängen zu können, Mensch, Thaddeus, du bist zu Hessen. Ich habe hier eben auch ein bisschen Sand abbauliert, dass wir ein Glas bekommen. Die Schaufel sich mal wieder ungewollt verabschieden tun. Das fände ich mal sicher. Keine Momischenbette in Warnemal. Ich werde jetzt in meine Zeichen schon zu Besuch sein. Was sagt die Klack? Ich werde hier eine Schlucht überbauen. Oh, noch Zeit. Wissen wir, dass er erstens eh noch hat. Ja, das ist eine andere Welt. Ja, das sind immer andere Welt. Warum kann ich ohnehin noch? Ich bin ja hier wieder viel zu schnell. Ich will ja hier keinen Lager. Wie war das denn so schwer, mal die zu kriegen? Ja, so meine Schlechte mal so schwer. Noch nicht. Und wofür braucht man das? Du, klar. Ich bin jetzt einfach so episch. Das ist eine Fensterin. Weg damit. Meine Seite ist, ich glaube, ich gönne halt. Was soll ich dafür sorgen? Das geht um meine richtigste Sache. Ja, hier. Böse Höhen. Das sind alle die feitete Namen, die ich da habe. Das ist meine, ich bin jetzt richtig jeweils. Warum auch immer, ich muss nicht immer so loswerden. Einfach die wunderschönen Teile hier rumschneiden. Schon großartig ist der Pse, aber ich bin eben kein großartiger. Das ist doch himmlisch. Den raten wir bis die so. Das ist ein YouTuber-Spieler, so wie schon die Online-Seiten. Ich glaube, ein bisschen auch. Ich bin meistens auch nur die Online-Seiten. Und eigentlich, Gott, ist auch. Das ist ein Wunderschönen. Ach, nee. Das bauen eigentlich auch nicht so interessiert. Ja, wie das, dass man die umholen kann. Okay. Jetzt haben wir schon mal die erste Münzei. Okay. Also, hey, mit Fett unsichtbarer Block, ey. Warte, schön, war. Jetzt, Rüitsch, wir sind süß. Wir brauchen jetzt acht Kohle. Hab ich so viel? Und die Materie. Also, kannst du es schlafen. Aber, würdest du mich gerade trinken? Wir haben ein bisschen. Okay, mich, alle. So, wenn wir das richtig haben. Der Spruch war nicht schlecht. Mein Lieber. Also, wenn ich nicht muss. Ich muss nicht schlecht. Ich muss nicht recht schnell. Ich bin gerade auf dem letzten Drucker gekommen. Die Juden heute. Ja, aber okay. Als nächstes muss ich gucken. Geh mal da, guck mal, ob ich irgendwo... Ach, schnitt. So, Leute. Das war's leider. Ich werde jetzt den Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Sorry, das war's schon mit dieser besonderten Runde. Aber okay. Sehr sehr grün. Weiter jetzt. Ich finde das nur gut, dass ich es ansteigen habe. Ich weiß, dass ich so Zeit verschwenden tue. Aber ich dachte, ich habe eine Wolle. Ich war echt mit drauf. Und wir haben hier Stoffsauger. Und wir haben hier Stoffsauger. Und wir haben hier Stoffsauger-Karriere kaputt gemacht. Ja. Ja. Ich würde nicht mehr so ein bisscheniffen. Und ich habe hier zuhörst. Und wir haben 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 hier so einenās- und- und- und-. Geil ist ohnehin erwartet sein sollte, ich weiß, sie macht gerade eine Figur aus, will ich leider nichts sagen, obwohl die Serie eigentlich hammergeil ist, denn die kippt dem gar nicht so doof aus, sieht es wieder, 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 wie es kommt, ey, ich würde jetzt wohl lieber los und kackpratze, ey. Beide ich, ja, ohne Ricci, der sei, gilt die ganze Zeit, wenn er nicht einvollziehbar ist, vielleicht ein bischen ein verbruchstablicher Art, aber, okay. Da hat sich die Gitarren gesucht, ihn ja nicht so viel bringt, du, ne? Das ist ein neuer Spruch. Ach, Scheiße. Der Yoshi könnte das reichen. Ich sage das nicht mal aus. Scheiße. Ich könnte das reichen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, warum ich immer Schlager sage. Ja, der nervt. Ich spiel diese künische Songs einfach gerne. Ja, der nervt in der Erde. Wie geht ein Bürger nicht? Der wird sich... Wollen wir weg? Nein. Der reicht auf alle Fälle nicht. Ich probel der. Der reicht nicht mal. Einfach eine Krühe in den Zubau. Eine Krühe. Eine Krühe. Nicht Scheiße. Dann trinke ich in der anderen Welt. Aus Krühe Tocke. Ich muss ja nicht beweisen, Leute. Ich habe ja... Ich habe ja ein Zwei gesprungen. Ich habe ja ein Zwei gesprungen. Damals kommen noch andere in diesen Heilen. Und es ist in diesem Moment nicht so dramatisch. Ist aber hier oben Wasser getroffen? Hallo? Wie wäre es? Warum ich die Welten nicht mehr durchspielen kann? Ich mach mal kurz ein Teil. Ich bin froh, dass dieses Mal sich da bei Tom Schaue ist. Ich habe ja wirklich mit Monsrande. Und mit dem Wischen Sandstil. Das war's, das Tier. Ja. Die ganzen Zimmerchen noch bauen. Beleuchten, verkabeln. Wie gesagt, ich kann mir in der Welt einfach nicht online schildern. Ich würde ja nicht reden. Wieowych sind die Blöcken. Da haben die beiden noch ein paar Blöcke zusammen. Wie Jasmin hat das hier einen Körschluss ausgemacht. Das habe ich in der Mitte gehört, dass wir ja ein Körschluss rausnehmen haben. Aber ich glaube, das machen die meisten so. Weil das ja keinen Sims. Einzelbedürfnis, was von Sims drin ist, ist, dass man essen muss. Das war mal für die ersten gerade. Aber Poki, Duschen, Waschen, Holfühlen. Das ist hier alles raus. Ja, sauber. Ist ja denn keine gute Parodie von Sins? Nein, nein. Ja, sie häubert da und pötert die Pötter da erst mal rum. Ja, woher war das? Das ist ja viel durchzukommen. Dann kommen die wieder und sagen, das reich nicht aus. Weil ich komme wieder zu mir selbst. Und dann habe ich mich wieder auf das Leben zum Boden nachstellen müssen. Ja. Und dann ist es nicht ein braun Buben was. Hey, Luigi. Luigi. Hallo. Henna. Henna. Da sind die Ehren. Hey, das haben wir als Nummer 16. Das hier hat Otto IV. Ja, wie wir mit Dynamik. Das ist ja nicht so ein. Das ist ja nicht so ein. Das finde ich. Jemand hat zurückgemacht, ein Teppich. Da sind schon wieder ein bisschen Staubpartikel drauf. Wollte ich die Nümer darauf hinweisen. Weiter geht's. Was für Schlechtkennst du ist? Äh, die hat sogar besser als andere. Hä. Oh, der Tod sieht nicht schlecht aus. Oh, die Welt ist sogar besser als andere. Alles klar. Kann man sagen. Was trägst du diesen Bord? Ja, ist nicht atemberaubend. Ist nicht atemberaubend, aber... Ich muss erst meinen Cut machen. Und dann kann ich bloß 10 Minuten oder 7 Minuten spielen. Ich bin bei Helden. Wieso hier? Luh, 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 luh. Und das nachher nicht. Man ist ein Arial. Ich bin jetzt in 86 Minuten. Dann bin ich wieder auf. Lagen wir da auf welche Leute im Brieberichten rum? Ach nee, die wird es erschließen. Da ist ein geschiffenen Ton drin. Dann bin ich mal wieder auf. Das tut das größte Gesetz in YouTube. Dann bleiben wir da schreit. Richtig auf unten. Oder das ist das. Helm Sibel, das ist es umgekehrt. Jetzt. Hat sich sonst was verändert? Zumindest sind sie tausend noch. Ja, na, na, dann gehe ich noch mal hier rein. Magdeburg, mach Spaß. Ich glaube, was anderes zum Melkern tun. Ja, was soll ich sonst tun, Leute? Ich meine, in einem anderen Melkern. Ich meine, ich mag das Spiel, aber so von begeistert. Ich bin begeistert davon, aber ein Experte in Lappenbaum nicht so gut wie gar nicht. Da kann man verstanden, was ich für schlimmste Masche halten habe. Ja, ich wollte ihn damals schon wieder geändert haben. Wenn es noch klappen würde, dann war es schon gut. Ey, Cordlet, was wird aber noch fertig bleiben? Es hört sich ja auch nicht so schlecht an, als in der anderen Welt. Dann fahren wir mal los. Wenn es nicht jetzt zu holen ist, dann haben wir auch gleich mit jedem Laden angefangen in der Autos sehr laut. Und wer hat mir das gemacht, wenn sie wahrscheinlich noch was anderes zu tun haben? Das ist noch nicht von der Karasse, dass wir das nicht sehen. Ich verstehe, die haben sich nicht so schlecht an. Warum? So, ich habe nicht so schlecht an, denn wir sind ja schon wieder dabei. Witzig. Gehen bereits. Wir haben gleich nach rüber. Ja, die User, die man gerade sehen, wissen ja, Spider-Case gar keinen anderen zu tun, ey. Alter, komplett schießen. Wir werden es dann in die Peinbrüche gehen zum Rausrutschen. Das würde ich nur mal erwähnen können, ja. Ich habe die ganze Band in die Jappe, ey. Warum meine Reifen sind nicht da? Wieder mit Baufehler. Geil, geiler Schritt, Alter. Sorry. Knall, 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 knall. Nicht das ist alles falsch essen, Alter. Jetzt bin ich nur die ganze Band hier nieder. Woher jetzt bin ich mit ihr? Ich bin jetzt nicht mehr überpassen. Ich glaube, ich lass die Zimmerchen, lass die Zimmerchen, lass die. Da geht's noch unten. Es geht ja, Knallpartie von vorn los. Das ist ein bisschen. Ja, Knallpartie von vorn los. Das ist ein bisschen. Erstmal, wenn uns 100 Zeck ist, mach ich das mal. Das ging ja so ab. Ja, da ist die Gesamte. So ne Null. Wahnsinn. Mario, make an Ego Shooter. Da rede ich nichts von Studio. Da rede ich Yuki von Stream. Falls ja nicht mehr was passiert, ey. Ich muss jetzt noch alles untersarchen. Ich lege nur ne Banane hin, darf ich doch. Ist nicht so. Witzig. Wee wie witzig. Gezeigt automatisch lang. Yes. Ich hab mir zu lange ab und mich nicht alle zappelte. Ich glaube aber, ey. Das heißt, dass ich hier zu machen. Ey, fucking Bannsprung. Dann ist die Himmelsheit, was da nicht nachauslassen hat. Naja, okay. Einfach halt. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Ich muss hier extra heraufpassen. Hör, hör, du bist sehr wichtig. Du kannst dir alles abbauen und den neu platzieren. Du bist ein Ass, Alter. Du bist ein Geil Ass, ey. Wurzst du die ganze Anstrengung. Ey, sag jetzt echt. Und das Glas ist sowieso nicht fertig. So. Wenn wir hören, das braucht, ne? Tschüss, du Penner. Penner, Penner, Regarde. Spielen. Sag schon. Nee, Penner, schau. Ich nenne mich fast mehr rum hier, ey. Na, na, wie das hier, ja. Kann ich nicht von spielen gehen? Mensch. Und dann ist die Party da auch schon wieder fast rum bei diesen LP. Aber so schneller kommts ja an zwei Minuten. Nee, ich stimme mal wieder nicht aus, ey. Also diese Welt ist mit Abballern auch durchspielbar. Und noch vier Minuten? Ja. Ja, aber halt nicht, wenn man sich in der Laschig ist, dass man einfach wirklich abkacken tun hat sich denn. He. Voll vorbei, jetzt. Die Namen haben echt keinen Sinn, aber scheiße. Immer so Kreisel und. Wenn sie voll sein, ist ja alles online gestrickt. Wenn ich wirklich mache, dann ist das alles jetzt eigen. Wenn ich nicht ablöse, gehe ich einfach wieder an, dann bin ich vielleicht nicht aus. Bin noch kein Trend vor, ey. Ich weiß es auf alles, ey, weil... Das Spiel ist cool, aber echt schwer zu machen. Aber die sieben Minuten sind schon gleich wieder auf den ersten Klop. Ja. Wenigstens... Ja. Ich hab noch zwei Minuten. Hier ist sofort die Vorschnitte im Kloster hier. Verdammt. Hier muss wieder etwas aus einem Eintritt. Direkt! Jetzt ne Durchzoom, Alter! Ja, das sieht man! Und diese Welt wird auf die Bildung des FDs gleich verendet. Ja, ich will jetzt jetzt kurz mehr auf an. Nee, das... Ich kann mal um die Melka nicht hinkriegen. Das Haus haben wir nicht geschafft. Außer ein paar Anfänger-Breten. Nein, ich glaube nicht. Naja, was soll's. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Einfach auf die Letzte. Immer noch, immer noch acht kommende Videos. Ich muss nämlich jetzt überlegen und äh... Was mach ich bei Mario Maker? Warum, Leute? Na ja, wer... Na ja, wer nicht mehr wohnt. Ja, da hat nicht mehr hin. Warum doch irgendwie mich nicht mehr wohnt. Das sind die Ohl nicht gefahren. Den nächsten Ufer auf die... Eine Wirbelschrechenfahrt die... Weil sie Glas auch nicht mehr hinbauen. Jetzt haut das mit der Zelten da dann nicht mehr hin. Das Schlimme ist so scheiße, ey. So Leute, also dieses Special, also das erste Haft ist uns verendet. Ich hoffe, dass ihr euch gespaßt habt, obwohl ihr schon noch ausgesessen habt. Und bis da. Du wirst doch unmöglich für Einde Strecke gehen. Ich bin sogar sehr unmöglich. Ich weiß nicht, warum ich manchmal so eine Lamer-Welden gebaut habe. Kann ich mir nichts sagen. Alles klar. Ich kann einem mal zeigen, wie Alten in der Welt wirklich sind. Und da und davor habe ich noch keine, überhaupt keine Peuge halten im Internet. Das werde ich mir gleich am Ende zeigen. So, was sagt die Uhr? Lassen wir durch die Wundekacke hier durch. Elf Minuten. Wahnsinn. Dann haben wir gerade mal 30 Minuten gezockt. Dann machen wir noch mal einen Cup. Ja. Wir machen 10 Minuten Zeit fahren und 10 Minuten, 5 Minuten Zeit fahren und 10 Minuten, ähm... 15 Minuten Zeit fahren und 10 Minuten fahren. 15 Minuten sind wir in der Welt. Und dann haben wir es geschafft. Werden jetzt hier in der Welt wirklich die Welten überhaupt sind. nicht versteht warum ich da mir noch keine diese ja die jetzt die 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 vor homem an hoher zweiten der pre vor av Okey nicht Manche nicht, aber den mache ich nämlich ein übelst Fail. Also Leute, das war das LP. Naja, nur nicht. 15.07. da habe ich jetzt alles drin. Und das andere werde ich jetzt so ranhängen. Also bis da. Das ist bis jetzt die aktuellste Welt. Und das ist ja auch schon wieder ein paar Monate her. Naja, okay, dann ist Video 2 auch verendet. Ich werde dann das dritte Video machen.